Irre Wende nach einem schrecklichen Unfall mit zwei Toten. Eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn sterben in Villach. Wie die Polizei bei ihren ersten Erhebungen herausfindet, kennen sich die Lenkerin und die niedergefahrene Frau. Die Tragödie könnte also gar kein Zufall gewesen sein. Es geht um den furchtbaren Crash Samstagnachmittag in der St. Johanna-Höhenstraße in einem 30 kmh-Bereich, ohne Gehsteig und noch bei ausreichend Tageslicht. Gleich nach der Karambolage, bei der eine 43-jährige Einheimische und ihr Sohn im Alter von fünf Jahren von einem Pkw erfasst werden und sterben, stellen sich viele die Frage, wie es in der verkehrsberuhigten Zone zu so einer Unfalltragödie kommen kann. Zumal die Pkw-Lenkerin nach der unerklärlichen Karambolage noch etwa 500 Meter weiter fährt, wo die 37-Jährige von den Einsatzkräften dann in einem Waldstück aufgefunden wird. Die gebürtige Rumänin aus Vorarlberg ist selber schwer verletzt und psychisch völlig durch den Wind. Sie wird ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Wie Markus Kitz, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, OI24 gegenüber bestätigt, haben die beiden Frauen, die am Crash beteiligt sind, also Lenkerin und Fußgängerin, denselben Partner. Die Todeslenkerin, die an diesem Tag extra nach Kärnten gekommen sein soll, war mit dem Mann, der übrigens auch der Vater des sechsjährigen überfahrenen Buben ist, sogar verheiratet. Ist aber schon längere Zeit von ihm geschieden. So wie es derzeit aussieht, hat die aus Vorarlberg angereiste Nebenbuhlerin ihre Kontrahentin und den Sohn in einem Parkplatz lauernd abgepasst und dann Vollgas gegeben. Oder sie haben sich davor getroffen und sind dabei in Streit geraten, worauf es in einer heftigen Gemütsbewegung zu den schrecklichen Ereignissen kam. Die Ermittlungen laufen allerdings, es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.